Viele Leute, die sind auch so abgefahren, auch in dieser digitalen Welt schon, jetzt schon, mit ihren Bluetooth-Kopfhörern und sonst was alles. Ja, also die lieben ihr Handy, also die lieben ihr Handy mehr als sich selber, also mehr als ihre Zellen. Macht halt DNA-Strangbrüche, ja und? Ja, so was soll's. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unseren heilsamen Gesprächen. Heute mit Jörg Fuhrmann. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, Jörg. Ja, ich auch, Christa, danke. Ja, es war ja jetzt irgendwie so ein ganz lustiger Zufall. Ich habe dich schon ganz lang auf dem Plan seit deinem Gespräch mit Charles über das transgenerative Trauma. Und erst dachte ich, darüber würde ich gerne auch mal mit dir sprechen. Und inzwischen habe ich aber gedacht, nein, wir können einfach über was ganz anderes sprechen. Diese Reihe heißt ja heilsame Gespräche. Und vielleicht können wir einfach darüber sprechen, was Heilung aus deiner Sicht bedeutet. Und als erstes würde mich mal interessieren, damit die Zuschauer dich auch ein bisschen kennenlernen. Wie bist du da eigentlich gelandet bei dem, was du jetzt tust? Und was war dein persönlicher Heilungsweg oder deine Heilungsreise? Eine Therapeutin hat mal mir ein Feedback geschrieben. Da ging es um die Aufnahme in so einem Verband, wo man zwei Empfehlungen brauchte. Und dann hat sie mir dann ein Feedback geschrieben. Ja, Jörg Fuhrmanns Leben ist geprägt wie das vom Herakles. Er musste schon in der Wiege mit zwei Schlangen kämpfen. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein Stück weit die Story mit dem verwundeten Heiler. Ja, und das ist, das zieht sich auch so durch mein ganzes Leben durch von transgenerativen Trauma. Ich habe in allen Linien haben wir Vertreibung und Verlust von der Heimat und vom Besitz in den Folgen vom Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und name it, also Geburtstrauma, Frühgeburt, Brutkasten und dann auch Bindungstrauma ohne Ende. Also viele Unfälle gehabt, viele Krankenhausaufenthalte in der Kindheit und Jugend gehabt, wo man heute auch weiß, das ist alles per se grundsätzlich traumatisch, selbst wenn es noch so gut läuft. Und ich habe da ziemlich viel abgekriegt, ein paar Überfälle gehabt in der Jugend und verrücktestes Zeug erlebt. Und irgendwie war ich dann ziemlich off topic, also runter von der Spur. Und ich hatte Glück, sage ich mal, dass ich dann irgendwann, glaube ich, die Spur gefunden habe, die mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin, weil sonst wäre es vielleicht schiefgegangen, sage ich mal. Ich kenne also aus meiner Community von damals so verschiedene Jugendfreunde und so, die haben das also nicht geschafft. Die haben die Kurve nicht gekriegt. Die wurden dann irgendwann von einer S-Bahn erfasst oder solche Geschichten halt oder haben sich das Leben genommen irgendwann und so. Ich habe zum Glück gehabt, dass ich nie Drogenkonsum in irgendeiner Form früher favorisiert habe. Ich glaube, ich habe mit 24 oder so zum ersten Mal Alkohol getrunken und habe eigentlich nie geraucht und solche Sachen. Trotzdem bin ich hinterher irgendwann bei den Schamanen gelandet und habe mich mit Hardcore-Substanz-Experimenten auseinandergesetzt im Urwald wochenlang und mit allen möglichen. Und ja, habe da auch für mich so Grenzerfahrungen gemacht. Eben ganz bewusst bin ich in, ich habe so mehrere Reisen gemacht, so initiatische Reisen, sage ich mal, Pilgerwanderungen, auch wirklich im Geist des Pilgerns, nicht des Touristen. Der Unterschied ist, der Pilger dankt, der Tourist verlangt. Und ja, bin da wirklich an die Schwelle gegangen, gefühlt auch von Leben und Tod, weil das war das, womit ich mich auch mein Leben lang irgendwie immer wieder beschäftigt hatte. Ich hatte halt durch einen Unfall auch eine frühe Nahtoderfahrung. Mit fünf bin ich in ein Kellerloch gestürzt, ja, so eine ganze Etage runter im Neubau, im Rohbau. Und bin danach im Grunde der Familie sehr stark mit dem Tod konfrontiert worden, weil in meiner Familie sind viele an Krebs oder beziehungsweise muss man eigentlich sagen, fairerweise an der, würde ich heute sagen, an der Behandlungsform von damals in den 80ern daran gestorben. Und wenn man das alles so als früher Junge so miterlebt und plus durch diese Nahtoderfahrung eine totale Öffnung hat und dann sowieso völlig überwältigt ist von den ganzen Inputs, dann kommst du nur noch irgendwie durch das System mit viel, viel Glück, sage ich mal, durch. Und das hat bei mir auch eine hohe Sensitivität aufgemacht, was auch wiederum gemacht hat, was dann auch eher im Fluch war, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, wie ich jetzt diese ganzen Informationen integrieren soll. Und eben dadurch war dann dieser Weg, was ich dann später mit dem verwundeten Heiler in Verbindung gebracht habe, das zu verstehen auf diesem spirituellen Weg für mich dann wirklich auch ein ganz wesentlicher Aspekt der Heilung. Wobei das auch ein ganz schwieriger Weg war. Also das war auch kein leichter Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Also heute wird das häufig so, als alles ist Glitzer und toll und nice und so positiv alles und so. Ich habe mich lange gefragt, warum sind eigentlich die Zen-Meister auch meiner? Mein Lehrer, der Wilkes Jäger, der war häufig sehr grimmig auch. Und viele Zen-Meister gucken sehr, sehr grimmig. Und man denkt, ja, die haben doch jetzt das eine erfasst und warum sind die so, warum gucken die halt so grimmig drein häufig? Und das hat, glaube ich, auch was mit dem zu tun. Also wenn du in den Ozean eingetaucht bist, dann hast du ja auch diese ganzen leidvollen Aspekte mitunter integriert. Und das ist schon etwas, was einen halt auch dann, auf Deutsch gesagt, durch den Wolf gedreht hat. Und man kann sein Leben, sagte der Gorch Fock, man kann sein Leben nicht verbreitern oder verlängern, man kann es nur vertiefen. Und Leid ist bekanntlich das schnellste Pferd zu Gott, sagte der Mystiker, Meister Eckhardt. Und von daher ist da vielleicht schon was dran. Der Wilkes Jäger sagte, das ist so ähnlich immer, das Leid ist ein Mysterium. Wir können ihm anscheinend nicht entgehen, um wirklich in der Tiefe wachsen zu wollen oder zu können. Und die ganze moderne Spiritszene, die ist meistens, was das angeht, sehr, sehr an der Oberfläche, sage ich mal oftmals. Und ja, bei mir ist es einfach ein bisschen anders gelaufen. Und ich hatte dann also vom Leben einfach so eine Verordnung dazu irgendwie. Und das ist auch, das haben ja auch viele Schamanen später gesagt, auch meine Lehrer in Nepal, die ich dann hatte, später, die haben das auch gesagt. Das ist nicht, das ist gar nicht etwas, wo man sich drum prügelt, dass man da diesen Job kriegt oder dass man da irgendwie Hurra schreit, wenn man da zu berufen wird vom Leben. Sondern das ist eigentlich eher ein Elend für die Leute und eine Qual oftmals. Und das ist ja im Westen auch so, im ganzen Neoschamanismus und so, ist das ja auch alles sehr verklärt. Und das ist alles so, ja, ich bin Schamane und so toll alles. Und diese schweren, leidvollen Prozesse, die damit oftmals einhergehen, die werden oft von diesen Menschen gar nicht verstanden. Oder sind nicht ansatzweise, hat man das Gefühl, durchlebt oder integriert worden. Und mein Weg ist wirklich so einer gewesen, also ja, durch diese Tiefe durch, ja. Das macht einen auf eine gewisse Weise auch, also ich mache das jetzt auch nicht, ich sage jetzt auch nicht, dass das etwas super Besonderes ist. Also ich sage einfach nur, dass, ja, dass ich einfach lange nicht wusste, wohin damit. Und das hat mir, dieser Weg, der hat eigentlich diese Vertiefung gebracht. Und das hilft mir heute ganz oft, in der Arbeit dabei zu sein, auch gerade jetzt, in den letzten drei, vier Jahren. Ich habe das ja alles kommen sehen, was jetzt passiert ist und habe das fast inklusive Wirtschaftsabsturz und den ganzen Sachen, die jetzt passieren, so auch als Folge, was jetzt als Post-Vac läuft und so. Ich hatte das ja alles, ohn Detail, in meinen Newslettern zum Teil vorhergesagt und habe da hunderte Abmeldungen gekriegt, weil die Leute mich total beschimpft haben und mich angegangen sind. Und ich hatte selbst mit Kindern, Jugendtherapeutinnen, öffentliche Diskussionen, die Masken sind für Kinder nicht schädlich, was ich da behaupten würde und all so ein Zeug. Und ich sagte, jeder Bindungsforschung geht das ab und ich habe die Welt nicht mehr verstanden zum Teil, wie die Leute so drauf sein können, aber ich konnte immerhin mit den Leuten, die im tiefen Elend saßen, dabei bleiben und da sein. Und das gelingt mir auch jetzt nach wie vor, weil jetzt hörst du richtig krasse Sachen von Leuten. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor von dem, was eine therapeutische Qualität ausmacht. Und ja, ich hatte letztens ein Interview mit Beyond Perception mit dem Simon Rilling Neues gemacht, das ist gerade auch aus, da haben wir auch über diese Sachen gesprochen, dass das eigentlich für mich, also ich glaube, das Therapeut sein oder Therapeut werden oder auch das Heil oder das Ganzwerden, was ja letztendlich das Gleiche für mich auch ein Stück weit ist, das kannst du, wie, ich versuche das ja meiner transpersonalen Ausbildung Leuten ein Stück weit zu vermitteln, bei manchen klappt es bei vielen nicht. Also dieses Wesentliche, das ist fast wie nicht vermittelbar, weil das ist ein Stück weit auch eine Gabe oder ein Geschenk und das ist nicht, das kannst du nicht durch eine Ausbildung oder durch eine, das hat der Junge ja auch beschrieben, du kannst das nicht durch eine Methode oder durch eine, durch Schritt 1, 2, 3, 4 kannst du das nicht vermitteln, das geht gar nicht. Und wenn wir da auf das Thema Heilung gucken, Entschuldigung, ich drifte jetzt ein bisschen ab, aber wenn wir also auf das Thema Heilung gucken, ist ja die große Frage immer, was heilt eigentlich? Wir haben 6.500 irgendwas, Therapieansätze, jeder behauptet von sich, das hilft und das macht es und so und es gibt ja diese ganz großen Metastudien, wo man weiß, ah ja, die Methode ist sehr, sehr zweitrangig. 85% ist die Verbindung und der Mensch mit seinem Sein im Gegenüber, der das mitträgt und hält, den Rahmen oder den Raum oder auch mich mit meinem Elend erträgt in dem Moment. Und dafür braucht es eine gewisse, ich sage das immer, Kapazität und wenn ich die nicht habe, dann von meinem Wesen her, dann kann ich diesen ganzen Prozess gar nicht halten und das ist eigentlich das Wichtigste so im Umgang, im therapeutischen Prozess, aber auch im spirituellen Prozess und da habe ich auch viele Leute hier in den letzten Jahren gehabt, die dann Schiffbruch erlitten hatten bei so Workshops, ob das Aufstellungsworkshops waren oder Atemworkshops oder teilweise auch psychedelische Workshops, wo dann da überhaupt, auch mit Schamanen oder Yogis oder so, die dann überhaupt kein Verständnis für den Wessler haben oftmals, warum der so auseinanderfliegt, wenn der sich da halt 5 Becher Ayahuasca reingekippt hat, so irgendwie, ne? Ja, genau, also Prost. Prost. Ja, ist für mich total nachvollziehbar, dieses Heilsein bedeutet ja irgendwie ganz werden und wenn ich immer das Dunkle oder den Schatten ausklammere, dann kann ich das nicht, ne? Und man kann eben nur so viel halten in diesem Raum, wie man selber auch schon sich bereit war zu sehen oder da hinzugehen oder so, sonst fürchtet man sich als Therapeut auch davor und lenkt davon ab, ne? Oder man gibt einfach nicht die Sicherheit demjenigen, dass er da hingehen kann, ne? Ja, also Schatten ist auch nicht immer nur das Dunkle, ne? Da ist auch das Gold drin versteckt, wie Johnson sagte, ne? Das Gold im Schatten. Aber da ist ja oftmals auch eine große Furcht mit verbunden, das zu sich zu nehmen. Und das ist dann wieder der dunkle Aspekt bei dem Ganzen, ne? Kannst du das ein bisschen weiter ausführen? Naja, also wenn jemand seine Gaben nicht lebt oder sein Potenzial nicht lebt oder, oder, ja, seine Fähigkeiten nicht entwickelt, dann hat das ja einen Sinn und einen Grund. Und ich bin der Ansicht, dass Menschen das nicht einfach so machen, sondern dass es immer einen höheren Sinn oder Nutzen für sie hat, dass sie das nicht machen. Und wenn sie das machen würden, dann haben sie oft die Idee, dann würde was ganz Schlimmes passieren. Und deswegen ist das so eine Art Schutz. Also das heißt entweder ein Selbstschutz oder der Schutz an des wichtigen Anderen im System oder des gesamten Systems, in dem sie sich aufhalten oder mal aufgehalten haben. Und das immer noch innerlich wieder reinszenieren. Und es gibt auf einer ganz feinen, also wenn man zum Schamanismus kommt, nochmal guckt, also auf einer feinen Ebene gibt es also auch natürlich Störungen oder Dinge, die da eine Rolle spielen. Also wenn man mit Schamanen in Psychiatrien geht, dann sagen die das auch ganz klar, dass da alles Mögliche unterwegs ist. Auf einer feinstofflichen Ebene, auf der wir im Westen überhaupt keine, wo wir keine Ahnung von haben. Und die sagen das ganz klar und deswegen kooperieren auch in Ländern, die noch eine Tradition in diesem Hintergrund haben. Also wirklich verwurzelt seit Jahrtausenden, nicht irgendwie jetzt wieder so hippiemäßig importiert, sondern wirklich verwurzelt. Und da kooperieren die alten Heiler, die Schamanen noch mit den Ärzten dann. Und die Ärzte wissen genau, bis zu welchem Punkt sie was machen und wann sie jetzt da einen anderen dazuholen müssen, wann ihre Fähigkeiten zu Ende sind. Und dann arbeiten die wie zusammen. So Ansätze hat es ja in Deutschland auch mal oder in Wien hat es das auch gegeben, eine Ambulanz dafür mit Leuten von Michael Hanna von dieser Tradition. Obwohl, ich habe mir das auch mal angeguckt, inwieweit das da wieder überhaupt vermittelt werden kann in diesen Konzepten von dem, das sind dann ja auch so Seminare wieder, weiß ich nicht. Also ist halt schwierig, also ist einfach teilweise schwierig. Aber grundsätzlich erstmal die Idee, also dass jemand da ein Verständnis hat auf diesen Ebenen, der da auf diesen Ebenen auch guckt, das ist schon mal nicht verkehrt. Ich glaube, eines der größten Tabus im Westen ist ja eben dieses Thema der Informationsebene, der Energetik, der energetischen, der feinstofflichen Ebenen. Weil bei uns läuft ja alles rein, immer auf Chemiebasis, auch in der Medizin ist alles immer Chemie, was man nicht messen kann. Chemisch, das gibt es nicht. Und eigentlich sind ja die ganzen Sachen auch in der Energiemedizin, Informationsmedizin, das Wissen ist ja auch da. Da gibt es ja auch zig Fachbücher zu, auch aus anerkannten Verlagen schon. Und das, ja, letztendlich sind wir eigentlich nach wie vor so roundabout 100 bis 140 Jahre hinterher, hinter dem, was man alles schon mal auch entwickelt hatte in dem Bereich, der auch der Energietherapeutika und Medizin, also sprich Tesla, Lakowski, Reif. Und dann danach später Reiche und so weiter und auch Hulda Clark und so weiter, alles Quacksalberei, ist ja klar. Und auch die Homöopathie wird meines Erachtens nach deswegen so angegriffen. Ich habe da jetzt nicht so die super Erfahrung für mich mit, bei mir greifen eher andere Sachen, aber ich kenne viele Leute und auch Tiere, die da, wo das wirkt. Und das, ja, die Frage ist, warum wird das so bekämpft? Wenn es ja nichts macht, dann kann es ja auch einfach, können die Spinner das ja auch weiternehmen, ja, warum muss man es dann verbieten? So irgendwie, ja. Also das ist schon, das geht genau in die gleiche Richtung. Und viele sagen ja auch, dass die ganze Hochfrequenz, da verändert sich ja gerade massiv was, dass das auch ein Problem ist. Deswegen zum Beispiel auf dieser Ebene viele homöopathische Sachen nicht mehr so wirken. Deswegen fangen viele Homöopathen jetzt an, immer gleich in höheren Potenzen zu geben, weil das Niedrige in den D-Potenzen gar nicht mehr klappt, je nachdem, wo die ihre Praxis haben, in welchen Gebieten. Das gilt auch für Akupunktur, wenn du dir dann die Nadel da reinsetzt, wenn die eine Metallnadel setzen und du hast dann da die Praxis dann voll mit Bluetooth und WLAN und ich weiß nicht was und Schnurrus-Telefon, haben ja alle, und fünf Handys auf dem Tisch. Ja, dann knallst du dir dann eigentlich in die Antenne, in den Meridian voll diese 2,43 Gigahertz rein. Ob das jetzt gesund ist, weiß ich auch nicht. Also besser wäre, hatten mir Leute mal gesagt, die Umweltmediziner sind früher besser wäre, die würden ihre Praxis mit Lehmputz und so allem abschirmen. Fenster mit Folie zukleben und so weiter. Und dann drin nur Kabel-Telefon, wie ich das hier auch habe. Und dann den Leuten schön sagen, draußen an der Tür macht das bitte aus, euer Selbstüberwachungswerkzeug. Und ja, ich meine, smart ist ja nicht smart, also ist ja nicht schlau. Surveillance, Monitoring, bla bla bla, Device. Ja, ich meine, da muss man jetzt immer wieder nach Wegen gucken. Wir machen jetzt auch hier unsere Aufzeichnung über Zoom und seit Neuestem ist das auch alles irgendwie, steht dann der KI zur Verfügung, wenn wir per Zoom miteinander sprechen. Also muss man sich auch überlegen, ob man das so möchte. Ja, gut, das ist jetzt auch noch ein anderer Aspekt. Ja, und du gehst ja mit den Menschen, wenn du mit ihnen arbeitest, auch über die Hypnose, oder? Ja, also früher, ich habe ganz früh Hypnose gelernt damals, also meine Eltern haben mir auch ein bisschen versucht zu helfen da auf alternativen Wegen. Ja, ja. Ich bin da hingefahren, da gab es dann so eine Hypnosegruppe und dann habe ich da immer wieder mehrere Jahre abends Hypnose gelernt. In jungen Jahren schon, also sieben, acht war ich da schon immer rumgesessen, Selbsthypnose gelernt vor allen Dingen. Und ja, das habe ich dann später so ein Stück weit dann wiederentdeckt. Auch im Studium haben wir viel mit so Fantasiereisen und solchen Sachen gemacht. Dann habe ich verschiedene Fortbildungen noch gemacht. Dann habe ich damals, ja, für Institut in Deutschland als Trainer gearbeitet, dann an Hochschulen unterrichtet und später auch an der Universität in Konstanz. Dann war ich in den USA, habe den Trainerschein gemacht. Also das war vorher noch beim Dachverband der NGH, das ist ja der größte Dachverband weltweit, habe da einen Trainerschein gemacht. Und habe das einfach jahrelang auch vermittelt an viele, viele hunderte Therapeuten und habe eine Zeit lang das wirklich auch ausschließlich fast gemacht. Also die ganze Zeit, meine Soesterzeit, die Soesterpraxis, das war eigentlich fast ausschließlich Hypnose. So, obwohl ich damals auch Gestalttherapie schon gemacht hatte, systemische Therapie und mit Kunst auch viel gemacht hatte vorher, ja, und so Kunstprojekte, Kreativprojekte und so. Das war irgendwie so, dann lange Zeit mal ein Steckenpferd. Und mit dem Wechsel hier runter hat sich das so ein bisschen verändert auch. Also hier habe ich auch immer noch viele mit Hypnose gemacht, ja. Aber ich bin dann mehr und mehr in das Transpersonale, da habe ich damals ja mit 2007 bei Claudio Naranjo mit angefangen. Das war ein chilenischer Psychiater, der war so auch der beste Freund von Carlos Castaneda damals und hat als einer der wenigen oder ganz am Anfang mit LSD schon geforscht in Berkeley und hat das NR-Gramm in den Westen gebracht. Das lief über Oskar Echazo und das kommt ja dann von Gurdjieff und auf der Linie habe ich dann halt ein Transpersonales Training gemacht, fünf Jahre und parallel habe ich dann bei Grof angefangen, das Training zu machen im Holotropen Eratmen, Englisch Holotropic Breastwork. Habe da auch die Zertifizierung gemacht bei Grof, habe da auch nochmal assistiert und so und bin dann so irgendwann dazu gekommen, dann eher mein eigenes Ding auch zu entwickeln, weil ich eben dann versucht habe, diese moderneren Kenntnisse von Peter Levine und Stephen Porges und so weiter dann mit in diese transpersonale Arbeit reinzubringen. Und das habe ich dann eben transpersonale Prozessarbeit genannt. Das basiert eben auf all diesen ganzen Sachen, die ich vorher gemacht habe, auch auf diesen ganzen eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich war dann ja auch mehrere Jahre im Eurotas Dachverband tätig und habe dann da im Vorstand mitgearbeitet und für die transpersonale Psychologie. Das heißt, dass du mit deiner Arbeit dann auch dieses Mentale oder ich meine, in der Hypnose geht man ja irgendwo vielleicht in andere Leben oder so und macht das so seine Erfahrungen, aber man macht es ja mehr so hier. Und mit dem Atmen komme ich irgendwie in den Körper und du hast quasi in deiner Arbeit jetzt mehr versucht, das zu verbinden, dass man nicht nur so abhebt, sondern dass man es dann auch verkörpert, oder? Das habe ich in der Hypnose auch schon immer versucht. Man kann ja die Hypnose auch, es gibt ja auch nicht die Hypnose. Es gibt da zig Ansätze, zig verschiedene Wege rein, Intronx. So, und ich habe das immer versucht, sehr non-direktiv auch zu machen. Natürlich habe ich auch direktive Sachen gelernt, die auch klassisch eher in der Show so vorkommen, so schnell Induktionen und so weiter. Aber ich habe immer versucht, da den Körper mit einzubeziehen, da schon auch. Diese Experimente mit den früheren Leben, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht mit Leuten, habe dann aber festgestellt, es zieht vor allen Dingen bestimmte Klientel an, die schon eine bestimmte Erwartung haben und die dann eben auch oftmals genau diese Erwartungen dann reproduzieren in diesen Sitzungen. Das war mir dann hinterher irgendwie ein bisschen dröge. Ich habe dann auch ein paar Mal Schamanen hypnotisiert und indische Yogis und so, wo ich dann gedacht habe, die müssen es jetzt ja eigentlich wissen, weil die haben ja dieses ganze Reinkarnationskonzept noch in ihren Zellen verankert und in ihrem Glauben. Dem muss man dann nicht erst noch erklären, was das ist. Die müssten das jetzt ja eigentlich dann so downloaden. Und die hatten dann auch so ähnliche Erfahrungen wie die Leute hier im Westen mit irgendwelchen Sachen und Bildern, aber die haben alle gesagt, nee, also, nee, 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 aber Rückführung in ein frühes Leben war das jetzt aber nicht. So, das fand ich ganz witzig dann eigentlich. Ich habe dann damit auch irgendwann unter diesen Begriffen damals, das habe ich in Soßhalt viel gemacht, habe ich dann aufgehört auch, das zu machen. Ich habe das auch irgendwann offen gelassen, weil ich habe gesagt, man weiß ja gar nicht, auch im Transpersonalen durch die Atemprozesse, wo man nochmal deutlich mehr, wie du schon gerade sagst, auch in den Körper kommt, man weiß ja gar nicht, was für Felder man eigentlich genau jetzt gerade zugreift, wo die Information am Ende herkommt, die man da jetzt erlebt und durchlebt. Das kann eben, was du am Anfang ja auch gebracht hast, transgenerativer Natur sein. Das kann, ja, vielleicht ist es auch tatsächlich sowas wie Reinkarnation, wenn man daran glaubt. Die frühen Christen haben ja auch daran geglaubt. Vielleicht, die Germanen und so hatten ja auch so Ideen, dass eben die Ahnen, die Neugeborenen dann wieder die reinkarnierten Ahnen sind. Das macht ja dann auch wieder irgendwie auch Sinn, ne, von der Vorstellung her, dass dann dieser Ahnenkult so hoch war auch, ne, wenn die wiederkommen dann quasi, ne. So, und ja, dann kann es natürlich das kollektive Feld auch sein, ne, oder aus dem, ja, das ganze menschliche Feld oder auch vielleicht das ganze Feld des Seins. Man macht ja auch Erfahrungen möglicherweise, das war bei der Hypnose zum Beispiel eher weniger, dass Leute dann gesagt haben, weil die Inder sagen, du kannst auch als Kuh oder irgendwas reinkarnieren, ne. Oder wenn es schlecht läuft, als Grashalm vor dem Rasenmäher da gleich kommt, ne. So, ja, das hast du ja eher bei Hypnose nie gehabt. Da waren dann immer die Leute dann immer eher die Hexe oder irgendwie Johannes der Täufer oder irgendwie sowas, ne. Sowas Exponiertes, so, ne. Und bei den Atemprozessen, da kommen auch eher so Sachen mal, wo Leute dann wirklich auch, dass sie mal ganz tief identifiziert sind auf einmal mit einer Pflanze oder mit einem Tier und das bis ins letzte Detail erleben. Und diese Erfahrung gibt es ja im Substanzbereich auch. Und das finde ich dann wiederum, das hat mich dann mehr interessiert. Das fand ich spannender, weil ich das Gefühl hatte, das war so ein Stück weit mehr an dem Wesentlichen. So, um das mal so zu sagen. Ja, die Frage ist auch, ob das überhaupt wichtig ist, dass wir vollständig klären, ob das jetzt alte Leben sind oder ob das transgenerativ ist oder ob es einfach Archetypen sind. Genau, ja, genau. Wenn man da hingeführt wird in so einem Heilungsprozess, dann lebt es ja irgendwo in einem. Und es ist eigentlich gar nicht so wichtig, wie man es nennt oder welches Konzept man da jetzt damit verbindet, ne. Aber es gibt bei uns im Westen leider, das habe ich ja gerade versucht zu sagen, es gibt so einen seichten spirituellen, so eine seichte spirituelle Soße. Und Perls nannte das, der Begründer der Gestalttherapie, nannte das damals Spiritual Super Ego. Und er hat damals schon erkannt in den 60ern, wenn da jemand drin hängt, dann hast du so verloren, auch als Therapeut, da kannst du nichts machen mit dem. So, das ist nach wie vor so. Und es gibt einfach so auch diese Tendenz bei Leuten, die einfach nur dann da irgendwie jetzt irgendwie eine bestimmte Sache jetzt haben wollen, wie so, ich bin das, ich habe das, bin hier, dann that und her. Aber es geht gar nicht tiefer rein. Ja, ja, es ist Brain Candy. Und da ist schon eine Vorstellung von, wie das gleich zu sein hat und dann nimmt man sich das und klebt sich das so dran und dann, ja, und die Essenz dahinter ist, wie nicht berührt. Und diesen Unterschied, den kann man schon auch in Sessions merken oder sehen und vor allen Dingen auch im Nachgang dann, ne. Und aber irgendwie ist das natürlich für den jemanden, ich gebe dir recht, also auch das ist wichtig dann für die Person, wofür sie das jetzt auch immer braucht. Nur, das kann halt nachher so eine Falle werden, wo man nicht mehr wie rauskommt. Da braucht es dann oftmals hinterher so einen richtigen Breakdown. Wir nennen das auch diesen spirituellen Elfenbeinturm, ne, wo, ja, also, ich sage mal, hat es gerade in der Ausbildung, hat es auch eine Teilnehmerin gesagt, es wäre ja so ein riesen Bewusstseinssprung jetzt passiert. Und ich sage, ja, ich bin mir da nicht sicher, weil ich sage mal, dann hätten sich in den letzten drei Jahren nicht irgendwie drei Fünftel der Menschheit experimentelles Gentherapeutikum mit Nanobots oder was auch immer da reingehauen. Und, ja, das käme immer darauf an, worauf man sich fokussiert, sagte die. Ja, das stimmt, ne. Also, wenn man sich jetzt in so einer rosa Filterblase befindet und seine Gruppe hat von Leuten, wo alles nice ist, dann kann man sich da drauf fokussieren. Und dann ist das andere nicht wie nicht da. Aber das ist genau das, was eben dieser spirituelle Elfenbeinturm ist, wo du dann also, das, was ich vorhin sagte, du brauchst die Kapazität, um dich auch mit diesen anderen Aspekten auseinanderzusetzen. Wenn du die nicht hast, dann machst du halt den Fokus, das ist wie eine Hypnose. Wenn du dann den Fokus auf einen so eine Sache machst, dann blendest du natürlich, du dissoziierst alles andere, was drumherum ist. Und, das machen wir beim Autofahren auch, ne, oder, oder, wenn wir den Brief vom Finanzamt für Steuererklärung im Postkasten haben, dann macht das jeder auch so in der Regel, ne, so Zoom da drauf, dann bleibt die Zeit stehen für einen Moment und dann, oh Gott, ja, so schräg lass nach, ne. Und, ja, und so kann man das natürlich machen, das ist eine Strategie auch zum Survival, ne, zu überleben. Aber sie ist meines Erachtens nach weder spirituell noch hilfreich. Also, das wird ja oft empfohlen, auch von den Positivdenkern, das so zu machen und so, oder den Kreationisten, sage ich immer, ne, du erschaffst dir die Welt, wie sie dir gefällt. Aber das dicke Ende kommt meistens irgendwann. Bärbel Mord oder so ist das beste Beispiel dafür gewesen, ne. Habe ich gar nicht mitgekriegt, was ist da gewesen? Die ist ja ziemlich früh dann auch ziemlich übel gestorben, glaube ich, irgendwie, ne, und, ja, mit, ja, und da gibt es ja einige solche Fälle, Beispiele, ja. Also, wo man sagt, okay, das ist vielleicht nicht so günstig gelaufen dann, ne. Also, will ich mir jetzt auch kein Urteil darüber erlauben in dem Sinne, aber, ob das gut oder schlecht ist, aber am Ende des Tages habe ich nicht den Eindruck, dass dieses Ausblenden von bestimmten Aspekten hilft. Also, Wilber hat mal gesagt, die Leute sind eigentlich vernaht in das Dunkle oder das Böse. Die meinen, sie würden ständig nur das Gute suchen und sehen, weil das ist ja schon dieser Dualismus im Westen. Da gab es von Osho auch den Satz, wir haben eigentlich nur zwei Religionen auf der Welt, die westlich und östlich von Euphrat und Tigris. Die im Westen haben das alles immer aufgespalten, in gut und schlecht. Und das eine darf man haben, das andere nicht. Und die im Osten, die haben eben das integriert, auch in diesen Darstellungen schon von diesen heiligen Figuren. Die haben immer all die Facetten und haben sowohl protektive Aspekte als auch ängstigende oder dunkle. Und da hat man dann mehr, im Osten hat man mal mehr Verständnis dafür, mehr Bewusstheit dafür auch, dass das auch ein ganz wesentlicher Aspekt ist auch. Ja, also, du hast das gerade auch als eine Hypnose bezeichnet, diese Art der Spiritualität. Ich wollte aber auch nochmal ansprechen, wir haben ja in diesen letzten drei Jahren wirklich auch eine Kollektivhypnose. Ja, klar. Also, ich kenne da jetzt nicht so viele Techniken, aber ich habe den Eindruck, dass da tatsächlich Hypnose-Techniken auch auswendet worden sind, für die ganze Welt sozusagen. Und ich habe mich irgendwann mal gefragt, na gut, in der Hypnose gibt es ja irgendwie dann so dieses und jetzt wach mal wieder auf. Was wäre das denn für ein Moment für die Menschheit, wo man auch wieder aufwachen kann? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hätte ja, wer das mal nochmal weiter explorieren will, ich hatte damals auch schon Videos, als das lief, gemacht. Ich habe jetzt gerade mit Sören Schumann zusammen so ein Video gemacht, genau zu dem Thema, über diese massenpsychologischen Techniken dahinter. Wer das interessiert, einfach mal bei Sören den Kanal, gehen wir mal angucken. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das sage. Ja, das ist gut, dass du das so bringst. Den Aspekt haben wir nämlich gar nicht besprochen. Ja, es ist also tatsächlich so, bei der Hypnose kommt irgendwann einer und sagt, jetzt ist mal vorbei hier. Jetzt ist mal gut, jetzt ist die Stunde mal rum, jetzt müssen wir mal nach Hause gehen. Und das ist hier nicht vorgesehen. Und das ist genau ein Teil von dieser ganzen kollektiven Dynamik, dass eine Exduktion, also eine Ausleitung der induzierten Trance ist nicht im Plan enthalten. So, das muss man dann schon irgendwann selber machen. Da gab es ja mal so einen Film, da musste der sich entscheiden, ob er jetzt die oder die Seite haben will mit der jeweiligen Pille. So, und das ist eine ständige Entscheidung, die man selber treffen muss. Also, ich sage mal, wenn man noch diese Sprüche auf der Platte hat, Trust Science, ja, das ist das most anti-science statement ever. Ja, also, weil Wissenschaft hinterfragt sich ständig selbst und muss hinterfragt werden, sonst ist es nämlich keine Wissenschaft. Und wenn du jetzt einfach nur blind vertrauen sollst auf fünf Wissenschaftler und die anderen fünf Millionen haben nichts dazu zu sagen, dann ist das keine Wissenschaft, sondern wie Gunnar Kaiser, mit dem ich letztes Mal im Gespräch war, sehr, sehr gut gesagt hat, der Kult, das ist ein Kult, das ist ein religiöser Kult, das ist eine Sekte. Und bei einer Sekte, also fragt man einen Guru, ob der vorhat, dass seine Anhänger irgendwann den Off-Button drücken. Also, da hat der auch kein Interesse dran. Das ist nicht sein, also, dann hat er weniger Frauen und womöglich noch Kinder oder sonst was zur Verfügung. Und vor allem weniger Kohle, weniger Einfluss, weniger Macht, weniger Status, das will er gar nicht. So, deswegen, also den Button musst du schon selber finden und selber drücken. Und das ist für viele Leute, ich erlebe das gerade ja, das meine ich ja gerade, das sind richtig schmerzhafte Dinger, die jetzt rauskommen. Sowohl die Betroffenen selber, die auf einmal merken, scheiße, ich bin verarscht worden. Oh Gott, ich bin jetzt total krank, meine Mitochondrien sind völlig fertig und ich habe Entzündungen ohne Ende oder die schlimmeren Fälle sind dann ja noch mit diesen Schüttelanfällen und Turbokrebs und weiß der Geier was alles. Oder das ganze Leben ist nicht mehr erlebbar, Pflegefälle geworden und sonst was. Frau ist weg, Kinder sind weg, Haus ist weg, Job ist weg. Nie wieder irgendeine Perspektive auf irgendwas. Da muss man schon sagen, da kannst du nur noch, da kannst du nur noch, wie willst du so jemanden, mit so jemandem überhaupt noch was machen, den kannst du nur noch mit der vertikalen Achse überhaupt abholen. Also mit der tieferen Sinnfindungsebene, also auf dieser, ich sag's mal, weltlichen, horizontalen Achse, wo du das klassische Coaching drauf abfährst und so und die klassische Verhaltenstherapie etc. Kannst du nichts mehr reißen mit so Leuten, da kannst du wirklich nur noch mit dieser transpersonalen Achse gucken und da einfach einen Weg finden mit denen. Ja und das sind jetzt Fälle, die körperlich sehr hervorstechen, aber es gibt ja auch die wirklich vielen, die einfach seelisch blockiert sind, würde ich sagen. Also die keinen Sinn mehr sehen, weil sie völlig getrennt sind von dieser Vertikalität. Und das sind wirklich, wirklich viele. Manche sagen ja auch, dass der Schuss das gemacht hat, dass da die Spiritualität wie abgekoppelt worden ist. Das kann sein, ja, weiß ich nicht. Die Anthroposophen hatten ja schon länger so Ideen zu, Rudolf Steiner und so hat da schon mal was vor 100 Jahren zugesagt. Also wie dem auch sei, also ich glaube, das Schlimmste ist, das Schlimmste ist, sich wirklich dieses einzugestehen, gerade für diejenigen, die auch noch mitgehetzt haben und so. Und also da gab es ja wirklich einige, die dann auch Massenzwangsmaßnahmen gefordert haben. Ich meine, das waren oft Frauen auch, die selber noch vorher die MeToo-Kampagne befeuert haben, habe ich selber gesehen bei Facebook und sonst wo. Und my body, my choice und so. Und teilweise sind das Leute, die sind ganz bekannt, auch im psychedelischen Feld und transpersonalen Feld. Das sind teilweise die Begründer von diesen ganzen Sachen, die das volle Kanne mitgefahren haben. Zum Teil rennen die heute noch mit Maske rum. Ich sage jetzt keine Namen, aber ich kenne einige. Also noch freiwillig tragen die das jetzt noch und so. Und die freuen sich richtig, wenn es wieder weitergeht. Und da muss man sagen, okay, die Leute sind auch, also diese vertikale Achse, daran sieht man das, finde ich, ist nicht unbedingt die Rettung. Sie kann auch in die Irre führen. Und wenn sich das dann mit so einem, wie soll ich sagen, mit so einem bestimmten Weltbild koppelt, meistens so ein linksgrünes Weltbild, wo bestimmte Memes so, sage ich mal, abgespeichert sind, und das wäre so das Gegenteil vom Gen, also bestimmte Glaubenssysteme so abgespeichert sind, die Leute konnten dieses Ganze nicht in Frage stellen, weil dann hätten ja die Leute die Trump- und die AfD-Typen recht oder irgendwie so. Da gibt es ja auch nur diesen Dualismus bei denen in der Birne. Und was anderes darf ja gar nicht sein. Und deswegen müssen die das so machen. Das hat auch nichts mit Spiritualität oder sonst was zu tun. Die sind zwar, die fahren zwar zum Boom-Festival und haben alle Drogen der Erde genommen, haben zum Teil sogar eigene Praxis, wo sie als Ärzte mit, was weiß ich, Ketamin und sonst was arbeiten dürfen und so, oder spirituelle Zentren leiten. Aber da ist irgendwas Wesentliches nicht passiert. Weil wenn was Wesentliches passiert wäre, dann würde ich mich doch von dieser ganzen Massendynamik entkoppeln können und hätte mein Vertrauen auch auf mich selber, auf meine innere Wahrnehmung, mein Herz, meine Intuition, mein Immunsystem und dass ich damit irgendwie klarkomme. So, und wenn Leute wie du, du und du, die da jetzt von dem Fernseher, also die vielleicht noch viel, viel gesünder sind als jetzt der Vormann, der das erzählt, weil der in seinem Leben schon so viele OPs gehabt hat und sonst was, und aus mir holen sie jedes Quartal da bei der Inus Verese so viel Zeug raus von meinen ganzen Sachen, die ich so im Leben gemacht habe, auch hier Tattoo und was weiß ich, jahrelang lackiert und so, ja. Also, dann muss das bei Leuten, die vielleicht sogar noch ein bisschen besser drauf sind, doch kein Thema sein, denkt man sich. Aber gerade die, die waren alle in solchen Ängsten und am Ende ist das ja gerade genau das, was wir am Anfang hatten, das ist die Angst vor dem Tod immer dahinter, auch ein Stück weit. Und das sagte ich ja auch, es ist nicht entscheidend unbedingt, wie viele Drogen du genommen hast, es ist auch nicht entscheidend, wie viele Sitzungen du, Holotrop, Transpersonal, sonst was gemacht hast, wenn so eine kollektive Trance kommt, das hat die Mitscherliche und so, Andra haben das ja auch beschrieben damals, dann entscheidet irgendwie was anderes, ob du mitmachst oder nicht. Irgendwann, also etwas, was auch oberhalb von rechts und links steht, das ist vielleicht das, was man das Gewissen nennt, wo das kleine Seelchen dann dran andockt und der Seelenfunke, und dann weiß man auch meistens schon, was irgendwie zu tun ist und hinterher sagt man auf einmal, ja, das war richtig. Ja, wenn man so bestimmte Grenzerfahrungen auch vielleicht schon mal vorher gemacht hat im Leben, wie mir das in Ecuador oder auf dem Jakobsweg oder in Nepal dann passiert ist, so Sachen, dann kann man das auch daran wieder rückverbinden. Und das ist auch, dann wird auch das wahr, was der Willi Gisega immer sagte, jeder spirituelle Weg, der nicht zurückführt in den Alltag, ist ein Irrweg. Aber wenn man das hat und weiß, dass das, was gemacht wird, falsch ist und man sagt trotzdem nichts, wie viele spirituelle Lehrer es getan haben, dann ist es ein Verbrechen, wie Bertolt Brecht sagte. Auch an der eigenen Seele und auch am eigenen Gewissen. Also das ist meine Haltung dazu. Und ich habe das auch gesagt mehrfach bei verschiedenen Leuten, bin dann auch als Dozent rausgeflogen, an einem spirituellen Zentrum, wo ich jahrelang unterrichtet habe, deswegen, weil ich das einfach benannt habe, was ich von der Sache an sich halte und das durfte schon nicht sein, dass ich das benenne. Und daran siehst du, das meiste, was wir momentan so auch wieder serviert bekommen, ist alles total aufgesetzt. Auf eine gewisse Weise ist das auch verstörend und kränkend, natürlich, weil die Macht der Kränkung ist schon auch nicht zu unterschätzen. Aber wenn man sich dann wieder zurückbindet an sich selber, in sich selber, dann merkt man, da ist gar nichts, was irgendwie, also ich habe dann angefangen, meinen Garten zu machen, habe mit der Elektrokultur den Garten aufgebaut und habe mich damit, also wenn man mit sich selber in Ordnung ist, dann wird die Welt da draußen auf einer gewissen Ebene, diese Banalität wird auch unwichtiger dann. Und man nimmt dann auch sich selber nicht mehr so wichtig von dem her. Das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Und man ist auch nicht so wichtig für die Leute. Du bist für die meisten Leute, bist du eigentlich mehr oder weniger egal. Die interessieren sich alle für sich selber am Ende des Tages. Und das zu realisieren, das ist auch ganz wichtig, finde ich. Weil man ist am Ende nur einer von vielen, auch wenn man jetzt noch so bekannt ist und sonst was. Und ich glaube, man muss gar nichts hier. Das Wichtigste ist, dass man sich mit dieser Seele, mit diesem Seelenfunken weiter in Verbindung hält, mit der Herzintelligenz, mit der Intuition und natürlich auch hier ein bisschen Futter reingibt und dann in der Lage ist, auch mal verschiedene Positionen einzunehmen und die gegeneinander abzuwägen. Das ist auch ganz wichtig, dass man nicht in diese Massentrancen so reingerissen wird. Also Daniel, die ganze Zeit hat das letztens auch mal gesagt, man muss ja auch nicht bei jeder Welle immer mitmachen. Und man kann auch mal sagen, das Ding lasse ich jetzt mal aus, den Wahnsinn. Den spare ich mir mal heute jetzt so. Das ist ja so, das hat ja nahtlos, ist das ja in die nächste Sache übergegangen, das Ganze. Ja, und jetzt wird auch schon wieder in die Richtung getriggert. Genau, aus allen Ruhren. Und wieder von geplanten Lockdowns oder so. Also, aber ich merke, dass es mich gar nicht mehr so, naja, also ich meine, was da draußen läuft, kann ich sowieso nicht beeinflussen. Ja, man wird sehen, was passiert. Da bin ich mir nicht sicher. Da gab es damals diese Studien von Maharishi Yogi mit den TM-Leuten. So, das habe ich, ich hatte da nur mal so ganz am Rande mit einigen Kontakten, die das gemacht haben. Ich selber habe da nicht große Erfahrungen mit, aber ich habe die Studien damals mir angeguckt und das fand ich ganz interessant. Die haben ja auch diese Meditationen gemacht, dann im, ich glaube, Libanon-Krieg war das, dass sie sich dann im Kollektiv auch fokussiert haben, auf die, ja, dass da eine Ordnung hinkommt. Und dann gab es auch Untersuchungen, wenn jetzt einer, der einen bestimmten Bewusstseinsgrad irgendwie erreicht hat, dann eben in einem Haus lebt, was macht es mit allen anderen? Oder mit der Gemeinschaft? Das ja, aber ich fokussiere mich dann sozusagen auf mich, dass ich das, was ich, was das mit mir macht, sozusagen in der Heilung bringe. Und nicht so sehr, dass ich irgendwie im Außen gucke, was ich da jetzt alles irgendwie auf einer politischen Ebene oder so beeinflussen kann. Ja, also für mich ist es eher was, wo ich immer mehr nach innen gehe. Und wenn das dann wieder nach außen wirkt, wunderbar, ne? Ja, ja, ja. Da stimme ich dir voll zu. Genau. Ja, vielleicht können wir noch mal, wir sind jetzt schon fast beim Abschluss wahrscheinlich, um dieses Heil- oder Ganzwerden noch mal zu betrachten. Du hast ja eben auch beschrieben, dass da Menschen bei dir sind, die wirklich sehr mitgenommen sind, auch durch diese Therapie, der sie sich unterzogen haben. Und, also ... Ja, aber die Folgen einfach auch von dem, was jetzt die Brüche in Familien, da ist ja auch ganz viel jetzt kaputt gegangen, Paare haben sich getrennt. Also, da sind ja massive Gräben aufgeworfen worden, die dann zum Teil auch familiäre Betriebe auseinander zerlegt haben. Und ich weiß nicht was, Gemeinschaften, und das ist ja bis heute nicht aufgearbeitet, ne? Null. Ja, da habe ich halt auch immer wieder auch Leidtragende, ich meine, da sind Eltern zum Beispiel, die haben ihre Kinder kritisch erzogen, haben die nur mit Demeter gefüttert und nur, was weiß ich, impffrei und sonst was. Und auf einmal werden die aus ihrer WhatsApp-Gruppe rausgeschmissen, weil die Kinder sagen jetzt, Mama ist Querdenkerin oder Schwurblerin und bumm, weg. Dann ist sie in der Familien-App rausgeflogen, ja? Und so, ne? Die verstehen die Welt nicht mehr zum Teil, ne? Meine Kinder wollen nichts mehr mit mir zu tun haben. Und da sieht man dann, wie die blagen jetzt schon, also, das sind ja nicht nur die vorletzte Generation, sondern, ne? Also, das ist ja in der Allgemeinheit, ne? Also, Platon oder irgendwie hat das auch mal so sinngemäß gesagt, jede Jugend ist die dümmste, ne? Und wie die also alle in ihrer Trance da auch schon sind und für die gibt es ja auch dann nur das, was der Willi da oben sagt ihnen, ne? Da denke ich mir, die sind zum Teil so spießig geworden, das kann man sich gar nicht vorstellen, ja? Also, wenn ich daran denke, wie in den 90ern oder 80ern irgendwie, was das für ein Spirit war, ne? Und jetzt, ja? Auch dieses, na gut, sonst wird das Video gar nicht gesperrt, ich sage. Also, ja, ich meine nur, ne? Also, da, ja, das ist für viele auch ein harter Drops, der da noch nicht zu Ende gelutscht ist, sage ich jetzt mal, ne? Ja, und wie siehst du das denn auf dieser feinstofflichen Ebene? Also, für mich ist das schon so, weil ich das alles immer so wesenhaft wahrnehme, wenn ich mich mit jemandem verbinde, der eben diese Art Therapie sich dafür entschieden hat, dann begegnet mir etwas, was ich als eine sehr starke und sehr unangenehme Energie empfinde. Wie erlebst du das? Ja, ja, das kann durchaus so sein, ja? Vor allen Dingen kann es durchaus so sein, dass, wenn man es feinstofflich wieder sagt, schamanistisch, dass die Leute auf den Ebenen auch wirklich wie was an der Backe haben. Genau. Das ist tatsächlich so. Und das hat auch was mit dem negativen Torsionsfeld. Jeder hat ja einen Torus, den er mit sich rumträgt, sage ich mal, ne? Und da gibt es dann ja ein negatives Drehmoment. Der dreht dann falschrum, kannst du sagen, ja? Und das ist wie, also, das ist wie so ein Strudel, der eigentlich die ganze Zeit wie absaugt. Und wenn du dann also bestimmte Sachen gemacht hast, auch bei dir, also ich arbeite hier auch in den Räumlichkeiten und überhaupt rundherum hier im ganzen Areal viel mit dem Wasser, weil wir sind ja hier am Wasser. Majid hatte das letztens auch gesagt, dass hier eine bestimmte Polarisierung besteht am Ort, ähnlich wie in der gotischen Kathedrale unter der Erde, wo jeder wie so seinen Platz auch dann finden kann. Aber es ist natürlich so, dass, wenn Platz ziemlich hoch geladen ist, sowieso schon ein Kraftplatz ist und dann noch hier, wir haben eine Sphärenammonie und wir haben das Ganze, im ganzen Objekt hier läuft das Schauberger Wasser durch die Leitung und so. Also das ist schon eine kraftvolle Abteilung. Und manche Leute mit bestimmten Torsionsfeldern halten es hier gar nicht aus. Das merkt man. Die kriegen dann wie eine Klatsche. Die müssen dann, das ringt dann in denen mit sich. Also der Platz an sich hat schon einen Effekt. Die Leute sind ja hier bei mir hauptsächlich zu so Intensivtagen und Wochen. Dann kommen die hin und machen hier so einen Block mehrere Tage. Und ich mache ja nicht so diese klassische Eins-zu-eins-Laufpraxis, wie das andere machen, so stundenweise, sondern eher so, wie die Griechen das gemacht haben, pilgerst du mal wohin und da machst du das dann, dann machst du dann einen gewissen Sprung und dann pilgerst du wieder nach Hause. Und ja, das ist tatsächlich so. Und da muss man auch auf eine gewisse Weise, ich sag mal, bereit für sein. Deswegen war in den alten, antiken Asklepien und so weiter, ist auch immer eine der, oder auch bei den ganzen klassischen Pilgerschaften, sowohl auch später beim Christentum oder in Mekka oder sonst wo, ist immer das Gleiche. Du musst dich entsprechend vorbereiten, du musst dich reinigen und so weiter. Sonst wirst du nicht zugelassen. Und das hat genau was auch mit dem, was du gerade gesagt hast, auch zu tun. Nur manche sind auch dann ein Stück weit so besessen, in Anführungsstrichen von, oder im Schamanismus sagt man besetzt, von bestimmten Energien, bestimmten Gedanken, bestimmten Glaubensmustern, bestimmten Verhaltensweisen, vielleicht auch Bindungstrauma und so weiter, oder Kontrakten mit introjizierten Täter, introjizierten und sonst was, das wie gar nicht von irgendwas loslassen können oder wollen, weil dann würde ihr ganzes Weltbild zusammenbrechen. Aber die kommen doch nicht zu dir, oder? Sowas schlägt ja auch manchmal auf, ja. Also das ist selten, aber gibt es schon, ja. Und das ist nicht immer so einfach, ne. Und wie hilfst du ihnen durch? Was passiert denn an solchen Intensivtagen? Ja, das ist, was ich diese transpersonale Prozessarbeit nenne. Also Bier plus Cola plus X bei Feltins, ne. Also ich trinke kein Bier, aber das X ist immer das, was man nicht machen kann, was von oben kommt irgendwie, wenn der Boden und die Saat, die gesät wurde, bereit sind. Und dann brauchst du eben noch was anderes, ne. Das kann man nicht machen, aber man kann das dafür bereit machen. Ich kann meinen Teil bereit machen und der andere, die andere macht ihren Teil bereit. Und wenn das zusammenkommt und das dann passt, dann passieren magische Dinge zum Teil, wo man sich fragt, wow, wie kann das jetzt passieren? Aber dafür muss man sich auch, wie soll ich sagen, auf eine gewisse Weise öffnen, leer machen, gerade an den Stellen, wo es schwierig wird, dabei bleiben, das zulassen, da wo es schwierig wird, nicht ständig ausweichen, nicht ständig alles verändern wollen, nicht ständig weglaufen und so weiter, sondern eben an der Grenze dabei bleiben. Und dann erhöht sich auch die Kapazität und dann kann man möglicherweise auch eben diese Sprünge machen. Und was jetzt die Methode am Ende ist genau, also ich arbeite, wie gesagt, mit verschiedensten Sachen. Ich gehe auch mit den Leuten hier in den Rhein rein, das im Winter dann auch und so. Solche Sachen mache ich mit Leuten auch oder eben halt die Atemarbeit, Körperarbeit, aber auch Gespräch, analytische Prozesse. Ich habe ein Tesla-Lakowski-Gerät drüben auch, Infrarot-Lichtbehandlung. Also das ist so, wo die europäische Naturheilkunde mal mit gestartet ist, Wasser, Luft, Licht. Und am Ende, wenn das alles gut, auch in einer guten Struktur ist, dann ist das natürlich auch energetisch auf einer bestimmten Ebene eine neue Information vom System. Naja, klar, ich meine, das sind ja unsere Elemente. Elemente, ne, also meine unglaubliche Kraft auch. Genau. Ja. 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 Da habe ich noch zwei Therapiehunde, die assistieren hier manchmal. Die helfen dann manchmal auch mit auf einer anderen Ebene, Sachen in den Hades wieder zurückzubringen, die dahin gehören. Oder gar nicht erst reinzulassen. Na genau. Ja, du, das ist interessant, ne, also in alten Mythen wird das ja oft beschrieben, ne, und, ja, in Mexiko sagen die ganz klar auch teilweise, ja, wenn du nicht einen schwarzen Hund vor der Tür hast, dann kommst du nicht rüber, ne, über die Brücke, ne. Und, ja, also, die kriegen ganz viel mit auf einer anderen Ebene. Das habe ich früher nicht so, also nicht so wie heute gesehen. Heute habe ich manchmal schon gedacht, oh ja, also ich hatte einmal einen Hund, der hat, ich habe schon meinen siebten Hund jetzt, aber einmal hatte ich einen Hund, der hat jemanden nicht reingelassen hier, ne, auf dem Weg hierhin und das hat er nie gemacht, der, der war total lieb, ne. Und auf einmal am zweiten, dritten Tag hat er die Frau auf dem Weg hierhin gestoppt, auf halber Strecke und wollte die nicht mehr reinlassen. Ne, was macht der da, ne, ist der doof? Ja, und dann habe ich den zurückgeholt und dann zurechtgewiesen natürlich irgendwie und dann, ja, und genau an dem Tag ist die hinterher total eskaliert hier, ne. Und war hochaggressiv gegen mich dann auch und so, auf einer Fortbildung war das, ne. Und, ja, das fand ich auch interessant, da habe ich gedacht, guck mal, der hat das schon viel eher gerafft als ich. So, ne, also, das ist schon spannend manchmal, ne. Also, ja, und die, wie gesagt, die alten Mythen sind da auch sehr gut beschreibend. Die Hunde sind ja die Übergangshelfer auch an der Schwelle zu Anderswelt, zur Unterwelt. Ja, und, ja, ich denke, wir müssten uns viel mehr mit der Natur verbinden, auch mit den Naturelementen, auch gerade in der Therapie von, von der, also vom Geist, von der Psyche, von der Seele, brauchen wir viel mehr auch dieses Back to Basics, Back to Nature, zurück zur Natur, zur Einheit, zur Ganzheit. Und, äh, ich glaube, bei vielen, viele Leute, die sind auch so vom, so abgefahren, auch in dieser digitalen Welt schon, jetzt schon, was mit ihren Bluetooth-Kopfhörern und sonst was alles, die, dann, da, ja, also, äh, die lieben ihr Handy, ne. Also, die lieben ihr Handy mehr als sich selber, also, mehr als ihre Zellen. Ja, macht halt DNA-Strangbrüche, ja, und? Ja, so, was soll's, ne. So irgendwie, ne, ja. Also, man muss schon, ich glaube, also, das ist meine Erfahrung, weil ich, ich war ja auch lange sehr krank und konnte auch lange auch überhaupt nicht arbeiten, weil ich so erschöpft war häufig. Und, äh, meine Erfahrung ist, man muss schon radikale Schritte auch machen, weil sich, also, radikalen Weg gehen und Dinge, Gewohnheiten auch wirklich ändern wollen. So, so koste es, was es wolle, so, ne. Ja, ich denke, man kann nicht erwarten, dass alles, dass man alles so weitermacht wie bisher und trotzdem verändert sich was, ne. Also, das, äh. Doch, einige Menschen haben diese Haltung, die sagen, ich gehe jetzt irgendwo hin, ich gebe das ab an den Typen da, ich bezahle den ja auch, äh, ähnlich wie bei der Werkstatt, ne. Und, ja, mach mal, so, ne. Ja, und was du gerade sagtest mit, äh, Feuer, Wasser, Luft, ähm, ich meine, wir sind, wir sind einfach ein Teil der Natur und wir sind Teil der Erde und wir sind davon so weit weggekommen, nicht nur mit dem Digitalen, sondern auch mit der Spiritualität, ja. Die ist auch sehr in diesem Mentalen verhaftet und wenig verkörpert. Oft ist es einfach eine Flucht vor dem Verkörpern und, ähm, das kann auf Dauer nicht gesund sein, ne. Ja. Ja, ja. Also, noch mal abschließend vielleicht, also, auch ekstatische Prozesse, ne, sind total, oftmals hilfreich und heilsam, aber wenn das dann der einzige Weg ist, geht's auch da, die, die, es geht immer wieder auch um diese Rückverbindung, um den Gegenpol, um, wie im Yin und Yang. Wenn du ständig nur in den Raum eskalierst mit all deinen Gefühlen und sonst was, dann geht's mehr vielleicht mal um die Zurücknahme. Wenn du ständig jeden Tag woanders hinreisen musst, auf den Retreat wieder und sonst was, na, äh, hatte ich jetzt gerade auch bei einer Teilnehmerin, ne, ständig pleite und, äh, aber sofort wieder woanders hin und so, ne, das ist einfach, dann, dann geht's vielleicht eher darum, mal wieder hier in die Achse bei sich selber zu Hause anzukommen und, äh, nicht auf 50 Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Das wäre vielleicht der spirituelle Weg. Mhm. Ja, also, vielleicht noch mal zu gucken, was, äh, also, äh, ich bin nicht so der Ratschlagtyp, aber vielleicht noch mal zu gucken, so, was ist denn eigentlich so das, äh, was ich, sagen wir, bis dato am wenigsten gelebt habe, wo ich mich immer abgeklemmt und zurückgehalten habe, ja. Ich hab ja auch so eine Safe Empower Übungsbroschüre, können wir vielleicht noch mal verlinken. Ja, gerne. Können die Leute sich bei mir eintragen, dann kriegen sie die zugeschickt. Genau. Genau. Ich verlinke das unter dem Video und auch deinen Kanal verlinke ich unter dem Video. Ja, also Linktree, den kannst du ja da verlinken, da ist einmal alles drin. Cool. Okay. Ja, vielen Dank. Danke dir auch, Christian. Vielen Dank für das Gespräch und für die Impulse. Ja, danke. Vielen Dank.